Corekraft der Gammelplag Grundlagen in 5 Minuten Schritt 1 Einloggen unter der i zu corekraft.de 2 Geschafft Nun kann man sich den Sparrenbereich anschauen 3 Es gibt 2 Möglichkeiten 1 Server anschauen Einfach rumlaufen 2 Sich zum effektiven Spielen freischalten 4 Dazu erstmal die Infowand rechts vom Sparren aufsuchen 5 Hier steht, dass du in die Dorfschule musst 6 Um dich freizuschalten 7 Löse den kleinen Quiz Finde die 5 Buchstaben 8 Festhalten Es geht los 9 Hub Geschafft 10 Du gibst das Lösungswort mit Passwort ein 11 Wichtig Bei Gelegenheit Homepage durchle- und Forum anschauen 12 Glückwunsch Die erste Hürde ist genommen Die Pause hast du verdient Grins Aber was ist jetzt los? Warum kann ich nicht bauen zu? Bekomme ich ein Grundstück? HMM Kraften kann ich auch nix Chor-Krafte-Gamme-Plag-Grundlagen in 5 Minuten Teil 2 14 Du kannst hier überall bauen außer am Sparrenbereich 15 und außer in Städten wo du nicht Bürger bist 16 Grundstücke gibt es bei Chor-Krafte nicht Geschützt sind nur Städte In der Wildnis baust du auf eigene Gefahr Tippe Stadthilfe ein um mehr zu erfahren Beziehungsweise eine Stadt zu suchen 17 Zu eurer eigenen Sicherheit gibt es LWC zum Sichern von Kistentüren LogBlog zur Verfolgung von Greifern 18 Wie geht das mit den Kraften? Es gibt hier ein Job-Plugin Gebe dazu Job-Hilfe oder Job-Info ein Daher kann nicht jeder alles kraften Es gibt Spezialisten Für Kraften erbauen bekommst du in GEM-Geld Coal Mehr Infos im Arbeitsamt am Sparren Glückwunsch Es fehlt dir nicht mehr viel Die Pause hast dir verdient Grins Coal-Krafte-Gamme-Plag-Grundlagen in 5 Minuten Teil 2 Zu viele Shops, aber ich habe kein Geld zu Gebe Money ein Jeder hat etwas Startkapital davon am Anfang Zu wenig Dann gebe Kredit ein Um dir Geld zu leihen Bei beim Kaufen bei Self-Verkaufen Beides mit Rechtsklick für Info-Links-Klick 20 mit dem Wirtschaftssystem kannst du Waren anverkaufen Kredite aufnehmen, vergeben Siedlungen ausbauen Nun wirst du was du wissen musst Punkt Punkt und kannst den Spann in alle Himmelrichtungen Entlang der Straßen verlassen nach dem nier »Stannik« »Stanniko« 21 Glückwunsch Baue deine Niederlassung Erforsche die Welt Gründe Kapitalgesellschaften Oder ein Königreich Viel Spaß bei Core-Krafte